156 der nürnberg und 159 8 richtig stark leute richtig stark ja wie gesagt wir werden auch wir werden ein bisschen nachher noch drüber reden und zwischendurch einmal und so wie gesagt es ist relativ aufwendig wenn wir so zwei minuten zeit ganz genau dann ist es vorbei dann startet auch schon das rennen ich würde jetzt ganz kurz in die werbung schalten und dann sehen wir uns eigentlich schon wieder zurück tungus mit einer vier sekunden zeitstrafe muss er gleich auf der geraden absitzen und sonst knippchen an charles vorbeigegangen auf p5 ja 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 unglaublich stark das geht sich aus das geht sich aus helle bauer übernimmt wieder die führung schauen wir uns das noch mal an da geht es da runter und hier kommt der vorbei der heli und kann da wirklich gut links rein sind ohne berührung wunderbar erledigt super geiles überholmanöver ja noch immer unterwegs auf p4 derzeit liegend seine reifen aber auch schon ziemlich ab benutze ich schätze ich diese oder nächste dürfte es soweit sein noch mal richtig in um p3 auf der geraden wirklich sehr stark oder hat seinen raus drückt da hinten hat seinen raus drückt da hat seinen schwer kein problem ja ja bleiben wir mal kurz schauen wir mal kurz ein stückchen nach hinten auf dem platz 7 da ist der charles unterwegs 8 nico 9 pony 10 david dann auf der 11 ocelot und auf 12 der ufl marcus vorne wie gesagt in führung chemo hin 6 7 8 sekunden langsamer als man selbst ja es bringt auch nicht viel mehr es bringt nicht viele also ja die kai ist jetzt ja 10 12 sekunden langsamer es ist brutal es ist brutal langsam ja das ist wirklich ein gewissen unterschied chemo hin hat die bessere pace und go die wobe eröffnet hier den instint numero 5 gefolgt von helipower vegeta charles cello racing gamer flieger typ jodler kong felsdorfer gommelt jungles und der ilr vettel werden wir nochmal vorne drauf Hedibower da schon gebrochen also wir sind schon 10 minuten unter halbzeit also was kann sich denn noch vieles tun haben wir es bald haben wir es bald paar stunden haben wir noch vor uns nein aber jetzt ganz ehrlich ich werde nach nach diesem stint alles rebooten alles neu starten und schauen dass ich da ein bisschen was pimpen kann dass wir da ein bisschen bessere performance haben das ist 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 das ist